ah mein mein und herz konnte preis war doch mal das letzte mal hier haben wir die villa tvs betreten und jetzt wollte ich danach minus die sachen abgeben war ja so die 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 also bis gleich hallo um ihn okay dann noch akkord der war hier nun und amanda und lasst wo ist der code noch mal das dann hier nein okay dann ist das auch hier oder wie aus dem weg sag mal bin ich oder was bist du gut ich schaue das einfach so weiter kann ja nicht sein da bist du ja so und wieder zurück hoppala da habe ich schon fertig geredet vergessen die auf wieder zu starten und so und wieder hoch am monomone so so dann hoffen wir mal dass ich die richtigen samen habe für den 80er tag also klein gut und krumm so viel wie es geht perfekt so und was ändern wir nice eine rinolone und drei zitronenpulver zitruspulver und die sind ziemlich nice ich kann das einmal demonstrieren ich kann das einmal demonstrieren ein Stück ist ein Obst er ich kann nur seite sehr plus 1 e lernt das pulpo wirklich für steige jetzt moment gibt eine schon eine logische erklärung Und das wäre, ja, merklich, schon nächster Tag. Moment, oh Gott, da kann ich zwar das richtige Obst machen, wie ging das nochmal? Hoppala. Flach und, äh, Stachel. Okay, so. Hab jetzt keine Bock, das nachzusehen, können wir ja nix mal machen. So, Kackesfratz, kann nicht mit dir reden. Sehr schön. So, wir treffen uns dann wieder in Yard. Bis gleich. Hallo, Können. Hm. Ja, Mausbeergold. Ich mag Mausbeergold. So. Jetzt aber wirklich. Auf zum Labyrinth. Dünn-Labyrinth, ganz genau. 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 nicht für heute aber egal das ist noch mal hier und dann schauen wir kurz mal nach hier sollte eigentlich ein gegner sein richtig ist das hier zack gemacht das war ja einfach hier oben geht es dann richtung ganz blödsinn so hier hier ist ganz so gehen wir noch schnell die kasse ab und dann würde ich mal schnell nachsehen gehen so wir haben hier vögel und reptilien das bildet mir wohl etwas was dagegen gut ist da werden vorgestoß ja stoß wir haben wehgetan das nervt mich doch schon etwas wie geht es ist richtig schon gelöst ja klar man muss halt in einem 8er muster gehen okay so zack wo war hier nun mal der shop hier mehr rechts ja und ist alles teuer aber praktisch zumal wenn es uns irgendwas fehlen würde unterwegs hopper also opfer zeugs und so gesehen mir fehlt auch noch der glitzer hemmel der muss eigentlich auch irgendwo hier sein glitzer hemmel wird von den vögeln gedroppt und ein vogel ist ja na los geht doch und geht sein bitte nein kein griff leon hoppla schade schade so schade 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 chronisch schade Oh, hallo, graf ja. I miss. Hoppala. Na los. Kito. naja und zu tanzen sehr schön So, wie war das hier nochmal? Oh nein, warum habe ich zu... Das ist gespollt. Aber Mist. Yey, kann man wieder zu Kurt gehen oder was? So, jetzt aber. Hm, Hatzinger Attack, also klein und krumm. Ah, geht doch. Oh, Pixilium. Das is what I need it. Und damit können wir jetzt relativ geile Waffen machen. Wenn man nur das richtige Material dabei hätte. Ach du meine Güte, plus eins, alles. So muss das sein. Gut, ja, wir treffen uns dann wieder in der Wüste, wo ich gestorben bin. So, da wären wir ja wieder. Hoffentlich schämen wir heute nicht hier. So, da wären wir ja wieder. Mit dem Trainieren klappt ja auch schon mal gut von der Mogi. Oh, ein Griff hier. Okay. Wie sieht sie aus mit unserem Stats? Jo. Okay, schon auf Stufe 3. Geht ganz schnell voran, ne? ... No ... BAM! So bon, on va s'envoyer! Uuaah! Heum... Missed... Heum... Sternenkraut, ne? Ja. Zack. Oh, perfekt. So. Uh, Schatz, was haben wir hier? Oh, nice, ne Münze. Die muss man eh nur sammeln, so. Immer schön alles vernichten, so. Die, 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 die. Immer. Dass ich auch immer die Poltertruhe bekomme. Woran könnte das wohl liegen? Noch eine Palmaria-Büste, okay. Gibt es, weil heute Palmaria-Tag ist? Ah, doch. Nach Palmaria kommt ja... Nee, nach Palmaria-Tag kommt Queen... Äh, Gin-Tag, also. Ja. Also Palmaria und Tarzinger sind eigentlich das gleiche. Oh, ne Truhe. Oh, ne Truhe. Uh, Bauab. Holz. Sehr schön. Oh, ne Truhe. Bitte, kein Griff, Leon. Geht doch. Uh, Echsenfleisch. Oh, dos. Boat, boat. Na ping, ah. Tänk, ah. Oh, mein Gott. Was ist es nicht so, was ich? Oh, mein Gott. Oh.